Mario Odyssey Ey, habt die Verpackung vom Spiel verloren, tut einfach so, als wäre das Mario Odyssey Mario Odyssey ist wirklich ein Meilenstein in der Nintendo-Geschichte Also wirklich eins der allerbesten 3D Marios aller Zeiten Jeder liebt dieses Spiel, dein Vater, deine Oma, dein Hund Und ich hab's noch nie durchgespielt Okay, kommt runter Hear me out, vor 4 Jahren hab ich das Spiel angefangen, da war ich noch ein sehr kleiner Diddy Und ich hab's geschafft, bis in New Dong City zu kommen und weiter nicht Da ist mein Spielstand für 4 Jahre dann auch eingefroren Und letztens, da hatte ich's mal wieder angezockt und ich muss sagen, es war ziemlich geil, Alter Und da kommt die Challenge von heute ins Spiel Ich werde ab dem Punkt, wo alles blind für mich ist, also in New Dong City weiterspielen Und jedes Mal, wenn ich sterbe, ein rohes Ei konsumieren Jetzt stellt sich ja so nur noch eine Frage Werde ich's überhaupt schaffen, das Spiel durchzuspielen und wenn ja, wie oft werde ich sterben Und werde ich vielleicht sogar kotzen müssen? Binden wir's jetzt heraus Ganz kurz, es geht noch nicht los, okay? Ich möchte einmal kurz ein bisschen wieder reinkommen Weil ich hab gar keinen Plan mehr, wie man dieses Spiel spielt Und damit, mit reinkommen, meine ich Wir machen hier direkt so diesen Trick Jump, okay? Ich hoffe, ich schaff's dir das, frei Oh oh Nein! Oh, so knapp Nein, ich bin so kacke geworden Oh nein, Alter, das wird so dumm, ne? Das letzte Mal hab ich diesen Trick Jump so easy geschafft Und jetzt schaff ich es nicht mehr Ich schwöre, das ist kein gutes Omen, ne? Brr, 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 brr Boah, so close, als ob ich das nicht mehr hinbekomme Das kann doch nicht sein Ja, ich mach jetzt noch einmal diesen Trick Jump Der wird eigentlich bestimmen, ob's jetzt gut läuft oder nicht Aber erstmal gehen wir hier in diese New Dawn City Hall Wobei, erstmal reden wir hier mit dem Girl Mal gucken, was sie davon hält, dass ich so viel rohe Eier trinke Was geht? New Dawn City bedeutet mir alles Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken Du bist so mutig, rohe Eier zu trinken Wenn ich groß bin, möchte ich auch so sein wie du Ich liebe dich Okay, jetzt hab ich tatsächlich gelesen, was sie wirklich gesagt hat Irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich bei New Dawn City aufgehört habe Weil eigentlich ist New Dawn City ja relativ nice Aber ich hab überhaupt nicht gecheckt, was ich hier machen muss und wo ich hin muss Warte mal, hier kann man rein? Ist das ein Sub-Area? Yo, Alter Was muss ich hier machen? Das war alles? Achso, ich muss da durch, schnell genug Oh mein Gott, Entschuldigung Lassen Sie mich durch, ich bin Sonic Ah Oh Nein, hallo, er drückt mich weg Lass mich in Ruhe Okay, nevermind, ist doch schwerer, als ich gedacht hab Okay, diesmal war es easy Diesmal war es easy Okay Abheben Oh nein Und auch noch direkt mit den Dingern, die ich nicht kann Das könnte jetzt das erste Mal sein, dass ich schon sterbe Die schaukelt, man Oh, ich hab so Angst, dass es so nervenzerreißend gerade Okay, alles gut Ey, dieses Spiel ist direkt so viel schlimmer geworden Es fühlt sich so ein bisschen so an Keine Ahnung, als würde jemand mit so ner Pistole an meinem Kopf sitzen Während ich dieses Spiel spiele Ich bin mal runter, da ist ein Secret Ja, Halt's Maul Halt dein Maul Nein Oh mein Gott, Pädobär hat mich fast abgelenkt Danke für den Euro, Pädobär Aber du wolltest mich bestimmt nur ablenken, oder? Uh Die erste Sub-Area haben wir überlebt Niemand wird dazu Oh mein Gott, stell euch vor Ich hätte jetzt gerade in die falsche Richtung gedrückt Und wäre da einfach straight rechts runtergefallen Ich geh mal hier oben lang Auch wenn mir das gerade ein bisschen Angst macht Aber ist okay Risiko Oh mein Gott, das war so dumm Dieses Spiel ist eigentlich mega chillig Aber mit dieser Challenge macht es das so unangenehm gruselig Ich trau mich einfach gar nichts mehr Zeig Okay, vor allem Edit Challenge Immer auf Wix 4.000 Euro Laptop, den er mir gegeben hat Damit wenn was schief geht, alles schief geht Oh mein Gott, es ist so krass Gerade fast auf diesen Bildschirm gelaufen Es ist da drauf gelaufen Das erste eines Tages Ich hoffe auf das Einzige Ich hoffe auf das Einzige Okay, sind wir bereit? Es hat sich wieder nach oben gerade kurzzeitig geklempft Das schmeckt viel ekelhafter als sonst Okay, nie wieder fuck around and find out Nie wieder fuck around and find out Ab jetzt spielen wir for real Oh mein Gott, ich darf echt nicht zu viele Eier trinken Mir ist legit jetzt schon ein bisschen schlecht Leider hat sich ein neues Problem aufgetan Das unterirdische Stromkraftwerk funktioniert Warum muss ich eigentlich alles machen? Werde ich dafür bezahlt? Hm, also es muss ja irgendwo hier sein, oder? In den Gully In den Gully Wo ist denn hier ein Gully? Warte mal, ist hier nicht ein Gully? Da ist doch ein Gully Es war bestimmt der Linke Es muss der Linke sein Ganz klar, ganz eindeutig Der leuchtet Alright, das war dumm Okay, ich hoffe sehr, dass ich hier nicht sterbe Aber das sieht nach einer sehr gefährlichen Sub-Area aus Oh mein Gott, ich hab so Angst, ne? Ich trau mich legit gar nichts mehr Ohne Witz, ne? Mario Odyssey könnte so ein entspanntes Spiel sein Oh, shit Oh, ist das gruselig Oh Warum verwandeln die sich denn in diese Viecher? Oh, danke Risiko Oh, ich dachte ich bombe Okay, wie besiege ich die? Muss ich das zurückschleudern? Bums durch Oh, das macht mir so Angst Ich schwöre Das ist bis jetzt definitiv die gruseligste Challenge Weil die Bestrafung halt einfach so böse ist, ne? Okay, die Sache ist die Ich habe letztens, wie gesagt Auf dem originalen NES Mario Bros. 1 durchspielt Also eigentlich sollte das hier kein Problem für mich darstellen Ah, oh mein Gott Ich lasse das Herz mal da Falls ich es noch später brauchen sollte Genau, Digga, perfekt Ey, wir haben es geschafft Let's go Wir gehen auf die Crowd Aua Weiter geht unsere Reise, liebe Freunde Boah, ich habe jetzt schon gar keinen Bock auf Eisland Ich hasse Eisland Moment, hörst du nicht? Ah, ich falle Das ist lange wahr Oh, hell nah, Digga Das ist wieder so eine richtig eklig Sub-Area Wo man ganz easy sterben kann Oh mein Gott Oh mein Gott, Digga Lass mich doch in Ruhe Oh, ich hätte gerade fast eine Stamphatakut in mein Verderben gemacht, Alter Sag mir nicht, es gibt noch drei weitere Sub-Areas Boah, da muss ich ja dreimal Todesangst schieben, Junge Hä, direkt ein Boss? Ah, ja, 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 ja Was mache ich, was mache ich? Ah, kämpfen Ich muss noch save Nein Okay, noch zweimal Oder auch nicht Nein Warum muss ich das? Ah, okay, 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 alles gut, alles gut Let's go Oh nein Ist das die Stelle mit den Goombas, welche ihr meintet? Wo ihr gedacht habt, dass ich sterbe? Okay, dann werde ich extra vorsichtig spielen Also nicht, dass ich so oder so nicht Oh mein Gott, ich hatte gerade so Angst Ich habe diese Eismusik gar nicht gecheckt Boah, war das knapp Boah, Digga, das ist so scary Das ist so scary mit dieser Eye-Challenge Komm, ich gehe das Risiko ein Ich weiß nicht, ob das so von Nintendo gewollt war Aber es hat geklappt Wie kommt man da hoch? Kann ich da einfach hochkommen? Seht was? Ne Okay, gar keine Chance, gar keine Chance Sterbe ich jetzt? Oh, oh, lass mich raus Digga, ich habe kurz vergessen Dass ich hier so eine Challenge mache Wo ich echt nicht sterben sollte Jetzt können wir ins Küstenland reisen Ab geht's Alter, die Musik Hä? Warum ist die Musik so übertrieben intens? Ah Ah Wow Äh, ups Ich habe das gerade einfach so nonchalantly gemacht Ich habe gar nicht drüber nachgedacht Oh wei, du willst die vier Fontaine wieder sprudeln lassen? Ich gebe das köstlich Edelwasser nicht Kampflos her Bro, sorry, das war aus Versehen Ich schwöre So, die nächste Fontaine ist da ja irgendwo oben Okay, wir nehmen erstmal den da hinten Der ist irgendwie, der ist irgendwie tempting aus Als ob das Das kannst du mir nicht erzählen Dass das so lange dauert, oder? Boah, nein Als ob Ihr wollt mich doch verarschen Das dauert doch drei Jahre Das ist bis jetzt die langweiligste Mario Odyssey Mission der Welt Kannst du auch schütteln? Oh Didi bedankt sich Aber irgendwie treffe ich dadurch Didi hat's verstanden Boah, ist das eklig Haha Oh, ist das eklig Gott, ist das eklig Okay Wichtige Randnotiz Falls ihr euch fragt Warum das so eklig ist Ich habe so Angst vor Unterwasser Und Unterwassermonster Ja, ihr könnt euch denken Das wird jetzt sehr unschön für mich Aber das Gute ist Das ist nicht so schlimm Weil man sieht Relativ weit vor sich Die Angst kommt ja vom Unbekannten Weil man nicht weiß Weg hier, Digga Was soll die Scheiße Kann man Ich will hier weg Nein, warum bin ich das so gruselig Das ist ein Spiel für sechsjährige Kinder Durch, durch, durch Augen zu und durch Wow Das war echt nicht gruselig, Alter Ganz ehrlich Komm jetzt in den Ostfall? Wahrscheinlich schon, oder? Die Frage ist nur Wie wir gegen ihn kämpfen Ich weiß wie Ich weiß wie Komm her du Hitzkopf Versteht ihr Hitzkopf? Digga, da habe ich aber wieder Riechen im Ausgang Da, ne? Okay, okay, okay Er ist in der Ecke Er ist in der Ecke Das bringt wahrscheinlich nichts, oder? Ich spring einfach mal auf ihn Okay, nice Das war sogar echt nicht smart Die, 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 den kriegt dich Nein, die, 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 den kriegt dich doch nicht Ah Okay Wow, 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 wow Chill, chill, chill Okay, seit wann hat er so welche Moves drauf? Oh, fuck Okay, ah Scheiße Wir stehen kurz vor dem rohen Ei Ich brauche diese Gegner Ich brauche diese Gegner Oh, 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 oh Nein Oh, nein, Alter Uf, uf, uf Boah, ich habe Boah, es stinkt so Es stinkt so gottlos Seid ihr bereit? Oh, ich will nicht 3, 2, 1 Rechen dich hinein Und frag dich Wie geht es dir heute? Viel Schlimmer Viel schlimmer als das erste Hast du keine Angst vor Salmonellen? Ja, doch Okay, wir gehen wieder rein Komm her, du Hundesohn Wegen dir musste ich ein scheißrohes Ei trinken Das war viel schlimmer als das erste Komm her, du Sohn Oh, Digga Den haben wir uns aber wirklich redlich verdient, Alter Her damit Wir haben damit den ersten Teil der Challenge geschafft Und uns so ein geiles Nacktanzug gekauft Das war kein deutscher Satz Okay Schlimmerland Yeah Einfach nackter Sombrero Das ist der geilste Skin Okay So, let's go So, ich glaube hier mussten wir gegen die Brudels auch wieder kämpfen Nein Einfach direkt ein Einfach direkt ein Brudel kam Komm her, du brutaler Brudel Brudel, Brudel Ernsthaft? Alright So, aber hier habe ich halt gar keinen Plan mehr von Monden Diese Musik auch Ist voll geil So, kann man hier irgendwas cooles machen? Ah Wir haben nur noch einen Okay, okay Ich muss irgendwo Ich muss irgendwo Monde bekommen Äh, was laber Ich muss irgendwo Leben bekommen Wir haben nur noch einen Treffer frei Okay Weg, weg, weg Ich laufe einfach weg Ich laufe einfach weg Gibt es hier irgendwo ein Herz Herz Brudel Münzen Ich brauche keine Münzen Okay, danke Okay, Wort kurz wieder Wort kurz wieder gefährlich Was ist das denn? Was? Wir sind ein riesiges Stück Fleisch? Der Grund für mich vegan zu leben Ist eine ethische, logische Erweiterung von Menschenrechten Okay, das ist schon wieder cool Oh, okay, okay, okay Lass mal nicht sterben Sweet one, spread Haha Alter Okay Ich habe gedacht, ich fall sowas von in Lava Und habe wieder Fuck out and find around gemacht Was laber ich? Aber es hat geklappt Sehr gut Hier gibt es bestimmt irgendwie so eine coole Challenge, oder? Ja Oh, und wenn ich runterfalle, dann sterbe ich Oh, oh Okay, okay Nicht sterben einfach Ja, okay War ja easy Ähm Hallo Ich habe vergessen, dass ich Käppi nicht mehr hatte Einmal kurz ein bisschen Risky-Gamer Und zwar Okay, war gar nicht so risky Diese Clown-Methode ist voll geil Einfach hier so Mit das hier so drücken Dann springen Dann linksen Dann linksen Und so eine Scheiße Ah, ah, ah Okay, okay Alles gut Alles gut Aber ich glaube, wir kämen ja auch so rüber Oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nein, Digga Ich habe so Bauchschmerzen gerade eben schon bekommen Ei Nummer 3 Noch nie so viele rohe Eier hintereinander getrunken Okay Oh, da war richtig viel drin Was war das für ein Überei? Boah, das ist so voll Was ist das für ein Ei? Ich habe Angst Ich traue mich nicht Ich traue mich wirklich einfach gerade nicht Egal 3, 2, 1, 2 Ist das gesund? Also Ist das so vertretbar Oder ist das actually so ungesund? Jetzt kein fuck around and find out mehr, Digga Es reicht Es reicht wirklich Wirklich Wart mal Digga, was mache ich? Oh mein Gott Ich habe das halt Ich habe das Land zu früh gelobt Und dann komme ich da irgendwie hoch Also Digga, was mache ich? Okay, ich brauche Leben Jetzt auch noch der Fire, Bro Ich kann nicht noch ein rohes Ei trinken Wirklich nicht Lass mich rein Lass mich rein Oh, jetzt komm her, du Vogel Es ist Endgame-Time Komm her, mein Lieblingsstiel da, Vogel Äh, Bro Ich gehe einfach mal zu ihm Und springe ihn von unten an Wart mal Au What the Ah, okay, jetzt Jetzt kommen wir zum Hoch Okay Nice Nice Okay Wir springen hoch Yes Kotzt doch Au Was ist das denn? Hoch da Nice Yes Ab in Bowsers Land Nur nicht wirklich Denn ich weiß, dass wir jetzt gegen einen Drachen kämpeln werden Da ist der ja Oh mein Gott Wäre dieser Drache unter Wasser gewesen Ich hätte mich eingeschissen und wäre gestorben So, Ruinland Boah Ohne Witz Es sieht so aus wie Dark Souls Okay, komm her, Dragon Ah Oh mein Gott, Alter Okay, wie komme ich da hoch? Bro Ah, fuck Boah, das Herz Das Herz ist mir wichtiger Ach, scheiß drauf Risiko All in Risiko, Baby Zack, zack, zack Zack Und Ladderadatsch Komm her, Herz Oh, okay Weiß Wir rollen davon Wir rollen davon Und über uns liegt der weite Horizont Und hoch Nice Nice Da könnte ich auch, glaube ich, öfter sterben Wow Wow Oh mein Gott, das war knapp Und Oh, war das knapp Oh mein Gott, er hat fast wieder gecharged Oh mein Gott, let's go Jetzt, Freunde, befinden wir uns offiziell im Endgame Es fehlt nur noch Bowsers Königreich Und das Mondkönigreich Es ist unabweichlich Jetzt gibt es kein Zurück mehr Ja, Mann, jetzt geht es richtig ab, Alter Oh nein In diesem Königreich ist ja auch dieser gottlose Mecha-Boss kam Das ist scheiße Okay, jetzt habe ich ein Problem Ich brauche Herz Ich brauche Herz Ich brauche das Herz Ich, ich, ich kann es nicht nochmal Ich bin wirklich, ich habe so Bauchschmerzen Von dem Boden Ich schwöre, ich werde kotzen Scheiße Ey, das ist jetzt das fünfte Ei, ne? Das ist jetzt das fünfte Ei, Alter Hahaha, scheiße Wirklich, ich sterbe langsam Oh, das ist auch wieder so ein Giga-Ei Mit so richtig vielen Rillen Ich habe wirklich Angst Ich habe richtig, ich habe richtig extremes Herzrasen gerade Drei, zwei, ein Oh nein, ich habe Angst, ich habe Angst Ich habe wirklich Angst Drei, zwei Das vierte Ei war viel gottloser, als ich gedacht habe Wir sind im Endgame Ich weiß wirklich nicht, wie viele Eier ich noch aushalte, bis ich kotzen muss Du willst sicher noch drei Eier trinken? Nein Also ohne Witz, ich muss ganz ehrlich sagen Jetzt, wo wir gerade beim Endgame sind, ich nochmal gespielt habe Ich verstehe nicht ganz, warum ich dieses Spiel damals aufgehört habe Mario Odyssey ist so ein geiles Game Vor allen Dingen, wenn man es einfach nur so durchspielt Ohne 100% zu gehen Macht es mir persönlich sogar noch viel mehr Spaß Weil es einfach ein geiles Jump'n'Run ist Stimmt, oh nein Vor Meckern müssen wir noch gegen die zwei Broodals kämpfen Der Emoji-Chef hat nicht übertrieben, weil es meint, ihr werdet hartnäckig Halt deinen Maul Ich will es gar nicht hören Ich will dich besiegen Die Eier kommen hoch Hä, als ob das alles ist Der kann ja gar nichts Was ist er denn für eine Lachnummer? Ne, Lappen Lappen in meinen Augen Oh, wer fickt ihn jetzt? Aua Okay, jetzt habe ich Angst Ich gehe auf das Herz Ich gehe auf das Herz Ah, okay Nevermind Ich darf nie quatschen Weil Karma kann immer kommen Und jetzt lass mich auf dich drauf dem Wasser Danke Das war jetzt doch noch kurz am Ende eng geworden Hohoho Hohoho Vor dem habe ich glaube ich am meisten Angst Weil ich nur Schlechtes gesehen und gehört habe Was geht ab? Bowser's? Bowser's? Du bist zu spät Hier ist er Der Mecker Oh, wir werden Ich hoffe, wir werden nicht allzu viele Rohre Eier an ihm verlieren Am besten gar keins So, komm her Mein lieber Mecker-Freund Jetzt müssen wir da hochkommen Was? Ich kann mich nicht Hä? Was? Was? Ich weiß nicht, wo ich mich dran festhalten muss Ich war Öh Oh nein Oh scheiße, das wird eklig Ich brauche ein Herz Lauf, Brudi Lauf, Brudi Los, 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 Herz Okay, nice Okay, jetzt können wir hoch Jetzt können wir hoch Geh hoch Okay, okay Erst mit haben wir Komm her, du Vogel Nein Ah, sei mein verbündeter Homie Oh Gott, ist das knapp Okay Okay Okay, okay Ich gehe einfach hier hoch Yes Yes, 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 yes Was ist denn jetzt mit ihm los? Was macht er? Oh mein Gott Okay Oh Scheiße Oh Oh Haha Ah Nein Nein Ich wusste es Oh, ich wusste Der Mekabos kommt mit hart Ah, Mann Let's get it Oh, Mann Ich hab so Angst Ich hab so Angst Ich kann das nicht mehr Drei Eins Zwei Wo ist mein Wasser? Wo ist mein Wasser? Ein, ein noch und ich bin am Arsch Ich glaube, ich glaube, beim nächsten Ei ist es vorbei Okay Jetzt Ah, jetzt weiß ich aber, wie dieser Boss funktioniert Eins Zwei Komm her, Bruder 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 Stimmt, wir sind nicht mehr nackt Was soll die Scheiße Hell yeah Boah, es fühlt sich an, als könnte man hier rüberspringen Ach, nee, ich mach's nicht Die Sache ist Oh Alter, ich wusste nicht, dass ich nichts ist Nein Da Ich hoffe, ich werde nicht sterben Okay, Freunde Das große Finale Okay, stürzen wir uns ins Abenteuer, liebe Freunde Ah, und direkt getroffen Passt, okay, alles klar Wow Weißt du was, ich übernehme dich einfach Was sagst du jetzt dazu, ne? So, viel dazu Und ich hab nicht mehr viele Leben Was? Warum stirbt man denn da? Nein Ei, Nummero Hallo? Ach, scheiß drauf jetzt Jetzt geht es einfach Boah, Alter, das hat gerade richtig gespritzt Ei, sechs Ich glaube, ich sterbe gleich Drei Zwei Boah, ich kann's nicht mehr Ich will es auch nicht mehr Ich bin wirklich am Kämpfen gerade Der Zenit ist überschritten Jetzt holen wir das Ding endlich nach Hause Keine Tode mehr Keine komischen Sachen Wir holen das Ding Jetzt verdammt nochmal nach Hause Mit einer gottlosen Montage Scheiß auf euch alle Wir haben den Spirit Wir haben den Geist Let's gooo Denkt ihr, könnt ihr was anhaben? Ja Wie festgehalten, Mario Haha Finale Das große Finale, Freunde Was ist das Video? Ja Zack, zack Drei Zwei Eins Da Ich meine Kann ich die Bumsen Let's go Let's go Komm her, du Sohn Kannst du auch schneller wackeln Boah Der I'm real Okay Let's go Ich wart am Brudel Jetzt Freunde Ein letzter Kampf gegen Bowser Und dann haben wir diese gottlose Nein, die gottloseste Challenge geschafft Hochzeitssaal Bowser, hier kommen wir Der Ring ist sowieso viel zu groß für sie Nein Stell dir vor, wir sterben jetzt So, ich muss noch ein Ei trinken Käppi, Ehrenmann Nein, Käppi Du willst die Hochzeit platzen lassen, Mario Das ist schäbig Du solltest dich was schämen Darüber hinaus bist du nicht schick genug angezogen Hey Okay, Bowser Ich bin vielleicht halb nackt Und dennoch Werde ich dich jetzt mit meinen Nippeln besiegen Du hast deine schlechten Zeiten Ach, da hast du denn Oh, 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 oh What the fuck Muss ich jetzt abtreffen Nice Okay Hä, Bowser Was ist jetzt los, hä? Wow Ah Ah Woh 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 Ich wusste nicht mal, dass er das noch macht Woh Na, Bowser Was ist los? Kommst du uns schwitzen? Dass wir noch nicht mal einen Treffer erlitten haben Haha Und cool Haha Mit einem coolen Side-Jarm Oh yeah Und ein Rückwärtsseite hoch Haha Alter Als ob das gerade so gut läuft Die Hochzeit wird jetzt abgesagt, mein Freund Und eins Und zwei Und drei Das ist das letzte Rohr Ei Let's go Shit Eins Zwei Drei Das war's doch, oder? Yes Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Nochmal Was? Das kam aus dem Nichts Yoscha Okay Der Boss ist geschafft Fehlt nur noch die Bowserflucht Let's get it Wir müssen hier sofort raus Ja, ja Und wie wir hier raus müssen Und zwar schnell Oh Gott Hier bricht alles ein Digga Ich hab diese Sektion noch nie in meinem Leben gespielt Das ist so wild Alter, Mario Das ist echt ein banger Game Shit Wir schaffen das Oh Gott Raus hier, raus hier, raus hier Es bricht alles zusammen Und raus Wir sind raus, wir sind raus Oh, let's go Nur noch ein Stück Es fehlt nur noch ein Stück Keine rohen Eier mehr Nie wieder rohe Eier, Mann Komm schon Sechs haben gereicht, Mann Oder waren sieben Ich kann nicht mal mehr mich erinnern Holen wir uns das Finale Let's fucking get it Ich seh den Ausgang Ich seh ihn auch Okay, let's go Zack, zack, zack Okay, den ersten haben wir Zack, 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 zack Haben wir, haben wir Nein Okay, alles gut Alles gut Es war nur ein Hit Da hast du gar ein Herz Drei, vier, fünf, sechs Komm schon Geh kaputt Und Das ist los Yes Weg hier jetzt Hallo Hier komme ich weg Ich dachte gerade schon Das verdient Ein gottloses Grandioses Yes Ja Let's go Es sind von dieser ganzen Packung Drei rohe Eier übrig geblieben Aber zusammen mit eurer Hilfe Mit eurer Motivation Haben wir es geschafft Entry, der flange Schöpfen through two dimensions Up on the moon We'll twirl as one Just leave the wire Halt in my head Halt in my head Ha 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 Ah ha 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 ha